Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es endlich mal wieder soweit. Es gibt endlich mal wieder ein neues YouTube-Video. Die letzten Tage kam ja nur sehr, sehr wenig bzw. gar nichts hier auf diesem YouTube-Kanal, weil ich einfach ein bisschen etwas mit neuen Einrichtungen zu tun hatte, wie zum Beispiel die Handcam-Einrichten und so. Da könnt ihr mir natürlich gerne auch euer Feedback mal in die Kommentare schreiben, denn die meisten haben das hier wahrscheinlich auf YouTube auch noch nicht gesehen. Ich hatte die ja nur auf Twitch bereits benutzt und ich würde mich da, wie gesagt, sehr, sehr über euer Feedback freuen. Ansonsten hatte ich eben halt auch einfach nicht ganz viel Lust, muss ich sagen, auf YouTube. Und jetzt gerade mit Schulanfang wieder ist es einfach ein bisschen stressig, das Ganze nebenbei zu realisieren. Ich werde auf jeden Fall versuchen, in den nächsten Tagen wieder etwas aktiver Videos zu machen. Allerdings seid mir da nicht böse, wenn es mal nicht jeden Tag klappt, wie zum Beispiel am Donnerstag, wo ich eben halt einfach frühestens 15.30 Uhr oder so zu Hause bin, dann ist das einfach alles ein bisschen eng. Ich versuche natürlich, wie gesagt, mein Bestes und da würde ich mich natürlich freuen, wenn euer Support einfach wieder kräftig da ist. Deshalb würde ich mich natürlich über jeden Kommentar, über jede Bewertung freuen. Und wenn ihr natürlich hier nichts weiteres verpassen wollt, würde ich mich natürlich auch super über ein Abo freuen. Und ihr könnt natürlich genauso gerne auch auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, denn dort werde ich wahrscheinlich deutlich häufiger live sein, das nämlich etwas leichter nochmal so zieler realisieren. Das dauert nicht ganz zu lange, deshalb checkt gerne meinen Twitch-Kanal aus. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams dazu verpassen. Und ich muss auch nochmal kurz dazu etwas sagen, denn in letzter Zeit sind die Streams dort wirklich von eurem Support her extrem krass. Beispielsweise am Stream am Samstag hatten wir 5,5 durchschnittliche Zuschauer. Am Sonntag hatten wir sogar nochmal mehr Werten, 7,4 durchschnittliche Zuschauer, was absolut krass ist. Allein Samstag war es schon ein Rekord. Dann hatten wir auch noch einen neuen Zuschauer-Rekord von 17 Zuschauern gemacht. Also wirklich krasser Support dort. Ich hoffe, es bleibt natürlich weiterhin so dabei. Und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit den Highlights. Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die ganze Zeit. Ich hoffe, es hilft, es heilt die ganze Zeit. Das war's. Nein, oh, Digga. Wir wollen ein bisschen zentraler gehen, ein bisschen in Richtung Deadside. Wie der mich dort hitten konnte, ist auch ein ganz großes Rätsel für mich. Wie der mich dort hitten. Wie der mich dort hitten. Jetzt kommt wieder der Nächste. Instant rotieren. Ich glaube, ich habe einen Freerotate. Ich habe es gerade gesehen, dass er mich snipen wollte. Ich habe es gerade gesehen, ich habe es gerade gesehen. Das war aber ziemlich obvious, dass ich jetzt maximal hochgenommen werde. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe es gerade gesehen, ich habe es gerade gesehen. Nein, oh mein Gott, das kann nicht sein. Nein, oh mein Gott, das kann nicht sein. Okay, nice. Okay. Okay. Nice. Ach't Tschüss. 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 Chilli name. Okay. Nice. Shot him. Nice. Okay. Oh, no. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, shit. Ah, schade, schade, schade. Weil du um da aufs Crashpad zu gehen. Und ich hätte danach früher, also ich hätte direkt auf mein eigenes Crashpad zwischen sollen. Hier. Oh, shit. Nein, oh, schade, er hat mich abgefangen.